So, okay Leute, also Spielstätte. Wir fangen mal wieder von vorne an, ihr wisst ja, es ist immer ein Erlebnis. Also, für YouTube, wir machen jetzt hier, ich muss ja cutten nachher, es geht los, meine Lieben. Also, Teamkampf, Auswärtsspiel. Wir tuckeln natürlich schön Carpool-mäßig dahin. Und Spielstätte ist halt so, man muss sich so eine Art Hobbykeller vorstellen. Das ist so ein Keller, man geht halt wirklich die halbe Treppe runter und unten ist so ein Keller erstmal wie so eine Bar. Ja, ist da eingerichtet und dann gibt es so einen abgetrennten Bereich und so einen Glaskastenbereich, so wo der Turnierraum ist, wo dann halt irgendwie, weiß ich nicht, für 20 Leute Platz ist. Wir, okay, wir kommen halt so an, Rüdiger und Dieter zischen schon ein Bierchen und blitzen da schon irgendwo rechts in der Ecke. Okay, die waren nicht Teil des Teams. Egal, wir sind da und setzen uns halt an die Bretter und so weiter. Man kennt das ja alles mittlerweile. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, das war wieder mal so ein Team, wo halt die meisten, ich glaube, fast sieben von acht Brettern waren halt wieder über 60 oder so, locker, ne? Locker auf lockig. Ein Junge hat gespielt und ich glaube, der Rest war über 60. Also, so hast du eigentlich immer nur in der Kreisliga ganz unten, hast du eigentlich nur Kinder oder Alte, ne? Das ist halt einfach so. Und, ähm, ja, gut. Man setzt sich halt hin und man spielt, ne? Ich bin, wir sind alle noch ein Brett hochgerutscht, weil ein Teamkollege nicht konnte. Und das heißt, meine Vorbereitung war eh für den Arsch. Und da sind wir natürlich rein, rein spaziert, ne? So, jetzt gucken wir uns das mal hier an. Was da abgelaufen ist. Wo ist es denn hier? Gut, dass man es schon Profi-Streamer-mäßig vorher, äh, aufgemacht hat. So. Bullenhunter, ich hatte solche Haare auch als Kind. Joke is on him. Er wird noch sehen, dass das dann mit 28 irgendwann, äh, aufhört. So zu sein. Äh, der gute Bernd, er war wirklich nett. Wir haben danach noch ein bisschen gequatscht, war gut. Ähm, ja, es geht los, ne? E4, ihr wisst ja Bescheid, wir machen keine Experimente. Und, ähm, E4, E5. Okay, klar. So, Springer 3 und dann kommt hier Felidor, ne? Gut. Also, ich kenne eigentlich online ausschließlich das, ne? Es wird fast nichts anderes gespielt. Manchmal wird, ne, es wird eigentlich immer der gespielt, ne? Manchmal passiert noch der hier, dann schlägt man. Er schlägt wieder, aber das, ne, 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 das ist auch nicht, das ist auch Quatsch. Das geht nicht so, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ich kenne da eigentlich nur Schlagen. Was aber nicht kam, ist Springer D7. Okay, Springer D7 kenne ich halt nicht, ne? Keine Ahnung. Äh, deshalb einfach rausschlagen. Schlagen, äh, hier ist wohl Theorie, Gleichläufer C4 zu spielen. Ähm, gut, Leechess sagt das nicht, aber die Master Startup ist sagt das Läufer C4, C6, äh, Hochhade und so weiter. Kenne ich nicht, muss ich mir mal angucken. Aber okay, ich habe halt rausgeschlagen, weil ich es nicht kannte. Und wir gehen rein. Ja, Läufer C4, dachte ich mir, warum nicht? So, typischer Aufbau, ne? Wir gucken hier hin, wir haben Ideen und so weiter. Er spielt H3. Äh, H6 meine ich. H6, war mir schon klar, kann es irgendwie nicht sein, ne? Ich habe überlegt, ob man reinsemmeln kann. Aber, ich habe nicht, also ich sage euch ja, wie es ist, ne? Und am Brett und auch so, ich kann ja nicht tief rechnen, ne? Das ist ja ein großes Problem von mir. Und ich habe nur gesehen, Ich habe nicht gesehen, dass hier die Dame hängt, wenn er nimmt. Bin ich ehrlich. Ich dachte, er kann einfach nehmen. Äh, ich dachte, er kann einfach nehmen. Und, äh, und das ist kein Problem, ne? Und selbst wenn er nicht nimmt, gut, dass das hier alles kaputt ist, ne? Das, das kann ich einfach nicht berechnen. Ich habe nur kurz geüberlegt, ob das geht, ob dann irgendwas hier geht und habe halt hier nicht gesehen, dass er nicht nehmen kann. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn er einfach hier irgendwo hinspaziert wäre, ne? Detox 93 10 Cheer 10 Hast du gegen den alle rechten Bärenschuster gespielt? Nein, nein, habe ich nicht. Kugel den mal. Ich habe nicht gegen den alle rechten Bärenschuster gespielt. Ähm, also der kritische wäre ja dann, hier ranzugehen und hier gibt es halt nur, ähm, und hier gibt es halt, äh, hier gibt es halt nur einen Zug, der Vorteil hält. Wer kennt jetzt den Zug, der Vorteil hält? Also der, es gibt jetzt schon plus 3, wenn du den richtigen Zug findest, sonst ist es Ausgleich. Ja, kennt keiner, ne? So, ist das Ding, also, Ja, okay. Damit die 4 ist es nicht. Es ist Springer F3. Es ist Springer F3, dann kommt, wenn er hier nicht schlagen würde, hätten wir dann den. Dann hätte er den, dann haben wir den, den, und dann kommt der. Aber, äh, es ist nur der. Gleich damit, äh, hier ist es nicht, ne? Damit die 4 ist 0,0. Das heißt also, ich konnte mir das einfach nicht errechnen, ne? Ich habe in der Stellung geguckt, ob das geht hier, aber bei bestem Willen, das, äh, das, das, äh, sorry, das, dann das hier zu finden, dann nach dem genau den zu finden, und dann, dass er dann hier hoch geht, das ist, so weit kann ich nicht rechnen, so tief kann ich einfach nicht rechnen. Am Brett muss ich noch üben, muss ich ein bisschen in die Stabmhäfte reingehen. Ähm, das habe ich nicht gesehen, deshalb habe ich nicht rausgeopfert, und habe einfach hochiert. Ist jetzt ein Blunder, weil halt die, der Vorteil vom Plus 3 nicht erreicht wurde, aber ist halt immer noch Anzugsvorteil, ne? Ja, logisch, weil logisch aussehen, opfer ich aber ODB nicht raus, wenn irgendwas logisch aussieht. Ähm, gut, er entwickelt den Springer, wir decken den Bauern, ist alles soweit normal. Ähm, er spielt C6, was wohl auch noch irgendwie Theorie ist, was ich schon gar nicht, ich kannte das ja alles nicht mehr hier, ne? Das ist alles neu. Und, äh, ich spiele halt Läufer E3 mit der Idee, ähm, warte mal kurz, ich muss mal kurz eine andere Szene machen, weil ich sehe hier, ich habe das vorhin mit Puff durchgesprochen, und hier sind halt allerlei Pfeile eingezeichnet, das wäre jetzt natürlich dumm, wenn ich bei den Zügen schon die Pfeile irgendwie, äh, lege, sozusagen. Ich glaube, das ist es. Okay. Gut, ähm, jawohl, gehen wir erstmal schön rein, die Endstellung, na wunderbar, so, äh, wo haben wir gestehen? Hier, stehen geblieben, ne? Genau. Ich mache Läufer E3, ich wollte halt verhindern, dass er läu... Perfekt, ne? Ey, das mit dem Schachbrett ist auch so ein Rätsel, warum das immer wieder nicht schafft. Ich habe schon eingestellt, dass er, wir sind in der falschen Szene, das erklärt's, ich habe schon eingestellt, dass er das lassen soll, aber er macht's halt nicht. Ähm, ähm, also ich habe Spiel, spiele hier Läufer E3, einfach um den, den Zug zu verhindern, weil der mich nerven würde und er will ja den Läufer entwickeln, um zu hochieren, deshalb war meine Argumentation Läufer E3, weil jetzt der kommt halt, ja, der, ja, auf den wüsste ich auch nicht so ganz genau, was passiert, aber ist jetzt nicht so, mir sieht nicht kritisch aus, ich hätte den gespielt, so, ne? Okay, ey, wisst ihr, wen wir anfragen müssten, wenn wir wissen wollen würden, wie dieser, wie diese Plattform heißt, auf die da gechatset wird, was, ja, 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 wieso freut er sich da so? Keine Ahnung, naja, Ferdi, ne? Ferdi ist seit 10 Jahren jünger, ist noch ein kleines Kind. Äh, Läufer E3 verhindert, soll Läufer C5 verhindern? Ich hatte ein bisschen Sorge vor dem Zug, weil der den angreift, greift mit Tempo und, ähm, ich muss dann hier hin und dann tauschen sich die Damen aus und der saft ist ein bisschen raus. Die Engine sagt hier, immer noch Anzugsvorteil, nicht so das Problem, aber ich dachte eigentlich, dass er das spielt, ehrlich gesagt, ne? Ich dachte, auf den kommt eigentlich der mit Sicherheit, weil er greift mit Tempo an, tauscht die Damen, aber hat er nicht gemacht. Er spielt Läufer E7, ist natürlich passiv und, ähm, will Ruhade machen, ne? Ist klar. Okay, jetzt kommt ein kleiner, jetzt kommt eine kleine Ungenauigkeit, ähm, da mit D2. Also meine Idee war, so ein bisschen hier dagegen zu gucken, wenn er ruchiert, um nicht zu gucken, ob wir da vielleicht mal reinknallen können, ne? Deshalb da mit D2. Was natürlich geht, ist der. Und der ist ungünstig, weil du machst vielleicht den, er macht der und dann nimmst du so und dann, ja, dann ist die, dann ist die, dann hat, es steht schon minus 0,5, ne? Auch nicht gut, ähm, ja, es hätte man vielleicht hier H3 spielen sollen, um das zu verhindern. Ähm, aber immer, wenn ich H3 spielen will, OTB, höre ich Paff, wie es heißt, du verlierst Tempo, es ist nicht notwendig, bla bla, das droht doch nicht, in der Stellung ist der Läufer nicht wichtig, das ist ein schlechter Läufer. Ja, deshalb, ich muss mich davon auch mal befreien, einfach H3 spielen, das nächste Mal, Egal, wir machen da mit D2, er macht es zum Glück nicht, er ruchiert einfach und jetzt spiele ich H3, aber jetzt aus einem anderen Grund, weil ich hatte hier Folgendes überlegt, ähm, wir schlagen rein, er nimmt raus, wir nehmen raus und meine Idee war, dass, äh, er macht einen Quatschzug, ich mache den. Und, ähm, ja, es wird unangenehm, hier gibt es eine Fesselung, hier gibt es einen Schach, weiß ich nicht und die Idee war so ein bisschen, wenn er wegziehen will, irgendwo hin, wenn er das Feld decken will hier, ne, dass er dann hier hingehen könnte und deshalb habe ich einfach H3 gespielt, plus natürlich, dass ich auch nicht will, dass ich hier reingehe, und ich habe das dann, glaube ich, ein Zug später erst gesehen, dass das irgendwie möglich ist. Ähm, gut, er spielt da mit C7, ich dachte mir, jetzt habe ich überlegt, was machen wir, ähm, ich hatte Ideen, Turm entwickeln, den Springer hier irgendwie überführen, ähm, vielleicht einfach mal hier Bauern pushen, ich hatte viele Ideen, ähm, was habe ich wohl gespielt? jetzt machen wir mal Ratestunde, ich habe gar keinen trinken, ja, ist ja scheißegal, ist scheißegal, scheiß drauf, oder was würdet ihr hier spielen? Andere Frage, A3, Turm B7, Turm B7, witzig, witzig, Turm D1, Turm G3, Turm G3, Turm G3, heilig, das war Turm G6 übrigens, hallalö, ja, okay, äh, alles falsch, ich habe reingeknallt, ich habe halt kurz überlegt, dachte mir, ey, wir knallen rein, wir knallen einfach rein, ne, wir ballern jetzt einfach rein, bam, ist unkorrekt, scheiß drauf, rein in den Aal, ne, er nimmt, er steht doch, guck mal, er ist 1270, er hat doch Angst, wir drehen mal kurz das Brett, ich hätte Angst, ne, ich wäre schon am schwitzen, reingeknallt einfach, so, äh, ich knall rein, und, dachte mir schon so, ja, ist unkorrekt, bestimmt geht es nicht, scheiß drauf, wir gehen rein, Junge, und er macht Springer H7, und hier wusste ich, oh, jetzt stehe ich aber besser, weil das kann nicht die, Antwort sein, auf das Opfer, das kann nicht die Antwort sein, er nimmt nicht an, okay, dann, Bruder, dann haben wir einen Bauernmeer, mein Lieber, ein saftiger Bauer, äh, ist zwar ein Randbauer, aber scheiß drauf, äh, wir gehen natürlich zurück, sagen, Dankeschön, und es geht weiter, ne, er spielt Springer F6, ne, er hat, also, zu den Geräuschen, meiner hat immer mal so geschmatzt, so, hier, warum auch immer, und ja, am Brett 1 hat immer ungefähr folgende Geräuschkulisse gemacht, alle 5 Minuten, für alle 5 Minuten, Junge, geil, okay, Springer H7 kann es nicht sein, denn wir gehen zurück, ähm, und, äh, er spielt Springer DF6, und ich dachte mir, okay, Bruder, aber, schauen wir mal, gut, jetzt mache ich vielleicht einen kleinen Fehler, ich hatte jetzt lange überlegt, okay, was machen wir jetzt strategisch, und ich dachte mir, okay, weil der König hier schon so eine kleine Schwäche hat, warum überfüllen wir den Springer nicht hier rüber, und fangen an, was am Königsflügel zu machen hier, und, äh, machen da ein bisschen Trouble, ne, ist ja an sich erstmal ein Plan, ein Plan ist ein Plan, ne, und wir spielen erstmal Springer E2, hängen erstmal schön den Bauern hier, glücklicherweise, hat der Junge schnell gespielt, und, äh, ist nicht gesehen, ne, aber das wäre halt schon, schon Ausgleich wieder gewesen, da ist der Bauer schon wieder dahin, ne, ähm, und auf Tempo auf die Dame, die Dame muss dann schon zurückziehen, weil auf rausgehen kommen dann, solche Geschichten hier, wird alles sehr unangenehm, äh, ja, deshalb, äh, gut, das war natürlich ein kleiner Fehler, äh, Hüstl, ist halt immer noch Ausgleich jetzt, weil man halt einen Bauern vorher gewonnen hat, aber gut, ähm, er spielt halt Springer E6, und das ist halt komplett, äh, kaputt, ne, weil, äh, äh, Läufer meint, Läufer E6 natürlich kaputt, ne, weil ich nehm natürlich sofort raus, weil ich seh ja natürlich, was passiert, ne, wir haben isolierte Doppelbauern, und jetzt springe ich natürlich Springer G3, und auf einmal stehe ich bombastisch, die Engine sagt hier plus 5, natürlich hab ich nicht gesagt, dass es plus 5 ist, aber ich hab gedacht, das ist auf jeden Fall besser, weil, die kann man ja jetzt attackieren des Todes, ne, ähm, hey Privet, und, ja, gut, ähm, er macht den, ja, dann macht er B6, was, was soll denn B6 sein? B6, mega langsam, und ich dachte, vielleicht will er, will er einfach C4 spielen, damit mein Läufer hier nichts macht, aber was ist denn B6, in der Stellung? Weiß ich nicht. Ähm, gut, ich hatte natürlich Ideen, ähm, der Bauer wird ja schon einmal angegriffen, äh, der Bauer ist ja auch irgendwie, äh, bald, äh, Thema eines Angriffs, also hab ich den Bauern erstmal angegriffen, ne, so, da muss er erstmal decken. Bernd hat tatsächlich vorher kein Bier getrunken, danach hat er eins getrunken. Ähm, er deckt den Bauern, aber das sieht halt schon sehr gekünstelt hier aus in meinen Augen. Äh, ich bring den Turm ins Spiel, weil ich kann jetzt, ich hab jetzt lange überlegt, wie konkret greifen wir den nochmal an, aber nichts gesehen, was jetzt irgendwie sinnig wäre, und wollte jetzt auch keine Künstlerstücke hier irgendwie machen, und hab dann gesagt, okay, lass uns den Turm ins Spiel bringen, der macht noch nichts, und auf der Turmlinie, auf der offenen Linie kann er nicht verkehrt stehen, ne? Äh, ne, ne, ich dachte, plus 2, 3, dachte ich, ne? Plus 2, 3, wegen den Bauern. Ähm, plus 2 hätte ich so gesagt, die Engine sagt halt plus 5, okay, die dreht halt völlig durch, aber, wie falsch wäre Turm schlägt F3? An seiner Stelle, naja, gut, ich bin erstmal dran, ne? Jetzt der, und jetzt meinst du, Turm schlägt F3? Naja, die Engine sagt immer noch plus 5, also, es wäre nicht so super falsch, weil er offensichtlich, äh, nicht die ganze Qualität runter geht, aber, auch nicht besonders gut. Gut, er spielt Turm E8, äh, D8. Gut, ähm, ja, ich greife den nächsten Bauern an, ne? Wir greifen einfach den nächsten Bauern an. Die Idee war jetzt, auf den kommt, ich hab gerechnet, der, er muss so decken, er hat schon nichts anderes, weil er kann so nicht decken, wegen dem Turm. Ähm, Deo kann er nicht decken, weil schlage ich raus, wenn er schlägt, nehmen wir wieder. Das heißt, er kann nur mit dem Turm decken. Und dann war die Idee, der, der, und dann haben wir hier eine Fesselung auf den, äh, Läufer, äh, der Turm kann nicht wegziehen und wenn er wegzieht, verliert er den ganzen Läufer. Das war die Idee, ne? Das war meine taktische Idee. Deshalb greife ich an, er deckt, ähm, ich spiele, Springer G5, aber er schlägt halt nicht, ne? Der Junge ist ein Pfad. Damit rechnet man halt auch nicht immer, er schlägt. Das ist der gleiche Spieler, der gesagt hat, ist das Doppel-Schachmack? Das ist doch niemals der gleiche Spieler. Der ist doch entschieden hier. Und er deckt den nochmal, aber das sieht halt hier nicht aktiv aus, ne? Die Springer stehen eigentlich schrecklich, also, ich dachte die ganze Zeit, ich stehe mega besser. Gut, es ging nicht, aber immerhin spiele ich auf G5, ne? Auch nicht schlecht, ist gedeckt. Jetzt spiele ich, ja, was, ist jetzt ein schöner Zug? Ich habe gedacht, ich weiß nicht, ich habe den versucht durchzurechnen und dachte, mir ist der wirklich gut. Aber ich habe ihn dann gemacht, ne? Also, ich habe Springer 5 gespielt, natürlich, ne? Springer 5, bester Zug in der Stellung auch, laut Engine. Und die Idee natürlich anzugreifen, ne? Ich hatte gerechnet, wenn er hier hingeht, wir schlagen raus, er schlägt raus, einziger Zug da mit C4. Ja, wenn er hier, den kann er nicht bringen, dann nehme ich hier, er nimmt hier, er nimmt hier, okay, weiß ich nicht. Es war dann ein bisschen unklar, aber ich hatte auch nicht mehr, ich hatte auch ziemlich viel Zeit immer ins Denken reingeballert. Er spielt den, gut, man kann ihn stehen lassen, die Engine sagt jetzt, geh aus der Fest, geh hier aus diesem potenziellen Zeug raus, weil du musst deine Dame vielleicht irgendwann mal bewegen, die Engine sagt, mach doch den, wenn er schlägt, nehmen wir wieder. Gut, ich habe den rausgehauen, er macht den, ich muss ja den machen, weil die Festung muss aufrechterhalten werden, sonst fliegt der hier. Aber ich habe vorher gerechnet, dass das geht, ne? Auf den nimmt man raus, er nimmt raus und man nimmt wieder, er nimmt wieder. Man steht immer noch in Ordnung, es geht immer noch alles. Und ja, so ist es auch gekommen, der, der. Und anstatt jetzt hier zum Beispiel irgendwas zu tun, macht er einfach König H8. Und das ist natürlich komisch, weil es verliert, also klar, er will aus der Fesslung raus, die ist jetzt nicht mehr wirksam, man muss jetzt ziehen, aber es ist halt so, weiß ich nicht, ist das notwendig? Ich weiß es nicht, ne? Ja gut, jetzt habe ich mir gedacht, ähm, ähm, wir gehen hier hin, mit der Idee, wir schlagen, und wenn er wieder nimmt, haben wir hier, decken wir D1 ab und wir können die D-Linie wieder für uns beanspruchen und haben den Turm rausgeknallt, weil der Turm steht schlecht. Meine Idee war halt, weil der schlecht steht und die nicht verbunden sind, den einen abzutauschen, um die D-Linie zu dominieren. Also habe ich es gemacht, Springer 5, er spielt jetzt den hier und ich habe halt, okay, den werde ich rausschlagen eines Tages, aber erstmal hauen wir hier raus. Er nimmt wieder, ich gehe auf die D-Linie, er geht wieder zurück. Gut, so weit, so gut, ne? Ähm, ja, und jetzt schlage ich den Springer natürlich raus, weil zurückgehen wollte ich nicht und der König steht hier schon, ich hatte so die Ideen, dann die Dame rüber zu bringen irgendwie und dachte mir, mit dem Springer, da geht doch was, ne? Also haue ich raus, er nimmt wieder und, ähm, ich mache Springer G4, ne? Greife erst mal den Turm an und den Bauern. Gut, der Bauer ist gedeckt, aber man kann ja auch immer mal sowas machen, ne? Ja, ähm, er spielt Turm F4, greift den Bauern an, ja, weiß ich nicht, was der Zug soll, er hatte auch ziemlich schnell gezogen, ich habe halt einfach F3 und ich weiß nicht, was das sollte, jetzt steht der Turm hier richtig schlecht, jetzt steht er ja richtig eingebunkert. Ja, du musst ein bisschen über den Tux zugucken. Taktiken, weiß ich nicht. Taktiken. Ähm, er geht zurück und jetzt geht tatsächlich Taktiken. Jetzt könnte man wahrscheinlich einfach B4 spielen, er muss wegziehen und man kann hier reinknallen, ne? Aber ich war auf einem ganz anderen Plan versessen, ich wollte den jetzt nochmal angreifen, weil er dann hängt und wollte dann so hier die Dame rüberbringen, ne? Und deshalb habe ich gar nicht an B4 gedacht, ne? B4 ist natürlich einfacher, er geht irgendwo hin und dann ist gut, ne? So zum Beispiel, wenn man knallt raus, ist einfacher, aber ich habe äh, den nochmal angegriffen, er deckt den nochmal, was auch schon wieder scheiße aussieht und hier habe ich auch kurz überlegt, ob man schlagen kann oder sowas, aber das ist alles Quatsch und dann gehe ich auf Dame E3 rüber, ne? Ich will hier rein, in den Aal, ich will Stress machen. nach B4 eventuell B5. Ja, aber dann hängt der doch einfach, oder? Also Dame E3 greift den Bauern an, ich wusste ja, das ist mit Tempo, das ist mit Tempo, er muss den decken und ich habe Zeit, Dame E3 zu spielen, ne? Er muss den decken, er deckt mit dem Springer, das ist die einzige Möglichkeit, äh, wie er den decken kann und dann habe ich Dame E3. Das habe ich natürlich gesehen, dass das geht. Er spielt jetzt Springer G4. Ja, gut, ich meine, jetzt ist es nicht mehr so schwer zu rechnen, dass man was hat, ne? Äh, man rocht schon, dass man irgendwas hat. Man, was halt hier mir aufgefallen ist, ist, dass die Dame schon ziemlich scheiße steht eigentlich, ne? Wenn der Turm hier stünde, meiner, und der nicht hier wäre, die kann ja gar nicht mehr weg, ne? Die kann nur noch auf die achte Reihe und sie kann nicht raus hier, weil das Feld wird dann kontrolliert auch noch. Aber gut, das war so, ähm, ich habe jetzt im Prinzip überlegt, schlagen ist nicht gut unbedingt, weil dann kommst du hier nicht rein mit der Dame und dann ist dieses Dame E3-Manöver schlecht gewesen, weil du hier nicht reinkommst. Ähm, so wird er nicht nehmen, dann wäre es wieder gut, aber es besteht halt die Chance, dass er so reingeht. Deshalb bin ich, habe ich halt gesagt, wir gehen rein und wenn er schlägt, nehmen wir gegen und wir sind halt, wir haben hier Schachs, ne? Wir gehen rein. Gut, er schlägt, man nimmt halt wieder und, ähm, ja, gut, jetzt habe ich, also, ich habe gerechnet, der, wenn er hier hingeht, dann gewinnt man schon die Dame, weil dann geht man hier hin, äh, Schach, wenn er wieder hier hingeht, machst du den Turm hier rein und die Dame ist weg, ne? Warte mal, der Turm steht noch hier? Ne, der Turm steht ja dann nicht mehr da. Äh, hallo. Also, der, 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 wenn er wieder zurückgeht, ne, dann haben wir den und drohen hier solche Geschichten. Wenn er davor geht, dann können wir, dann können wir wieder Schach, also, er darf eigentlich, meiner Meinung nach, durfte er, darf er nicht hier hingehen, also, meiner Meinung nach wäre, ähm, Schach, halt mal, wo sind wir denn? Schach, und er darf vorgehen, dann hat man zwar auch solche Ideen hier, aber dann kann er wieder zur Seite, ne, dann macht man, weiß ich nicht, dann geht er zur Seite, wir machen den und dann, weiß ich nicht, es geht auch zu Ende irgendwie, aber naja. Gut, was passiert ist, ich gebe Schach, er geht zurück, ne, und jetzt sagt ich, jetzt ist es vorbei, weil wir gehen hier hin, er geht hier hin, wir gehen hier hin, wir gehen hier hin, Schach, er geht hier hin, wir schlagen hier raus, Bauer gewonnen, mit Schach, er geht wieder hier hin, dann holen wir die Alte rein, ne, also, äh, es ist kaputt, und deshalb habe ich Schach gegeben, den, ich gehe hier rein, die Dame ist weg, ne, er versucht noch einen letzten Trick, aber, ich sehe natürlich das Zwischenschach, ich habe natürlich vorher gesehen, dass ich einen Zwischenschach habe, und dann die Dame gewinne, ja, und dann hat er aufgegeben, ne, 1-0, meine Lieben, 1-0, da haben wir angegriffen und ihn getötet, ne, aber die Stellung war halt für die Engine, ab dem Doppelbauern, plus 5, dauerhaft, ne, da kannst du eigentlich nicht mehr verlieren, und es ist halt auch, hat Puff auch gesagt, ne, wenn du hier, die Doppelbauern, du kannst jetzt, wenn du jetzt hier irgendeinen Dönikis machst, ne, du machst nur Dönikis, ne, und er verbessert sich, okay, ja, gut, schlechtes Beispiel, weiß ich nicht, ne, äh, es ist immer plus 5, man kann eigentlich immer hin und her ziehen, der Gegner kann ziehen, was er will, du, es geht eigentlich nichts für ihn, ne, naja, war auf jeden Fall eine gute Partie, natürlich war es sehr schlecht, dass wir den Bauer gehangen haben, und dass wir die Taktik nicht gesehen haben am Anfang, die Taktik ist natürlich, ähm, da muss man halt Rechentiefe haben, die habe ich halt nicht, also hier muss man die Tiefe haben, die kritische Line zu sehen, ähm, die hier so ist, und wenn er hier rausnimmt, haben wir den, und dann 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 haben wir den, und dann, und dann, selbst dann, hab ich jetzt, sehe ich jetzt noch nicht mal, wie es genau zu Ende geht, ne, also auf den, okay, sagt er, hol die Figuren, ich meine, klar, online würde ich sowas natürlich spielen, weil du kannst einfach immer weiter Schachs geben, und du siehst, dass es irgendwann, irgendwann siehst du halt, äh, einen Figuren gewinnen, und dass es komplett kaputt ist, wenn er den macht, ja, jetzt ist es hier schon vorbei, ne, aber OTB, musst du, du sitzt halt da 3, 4 Stunden noch, ne, und wenn du jetzt hier reinsemmelst, und du hast nichts danach, dann stehst du, hier, wenn ich jetzt hier reinsemmle, und ich mach jetzt hier, ähm, Rohade, dann stehe ich sogar schlecht, ne, der hängt halt, ne, der hängt halt, wenn ich den mache, stehe ich ausgeglichen, dann kommt der, dann schlage ich hier rein, er geht hier hin, wir gehen hier hin, er schlägt den raus, gut, jetzt muss man natürlich sagen, die Stellung ist zwar ausgeglichen für Stockfisch, aber natürlich sieht es schrecklich aus für Schwarz, ne, also, ein 1200, 1300, 1400, der DWZler, würde hier auf jeden Fall immer weiß nehmen und nicht Schwarz, ich würde auch weiß nehmen und nicht Schwarz, und, ähm, das, der Computer sagt Ausgleich, aber es ist natürlich trotzdem menschlich gesehen eigentlich kein Ausgleich, ne, also der König hier, ist ja eine Katastrophe, aber, statt Darm schlägt G4, H-Schlägt G4, statt Darm schlägt G4, G4, FETTER MQP raidet mit 109 Leuten rüber, vielen Dank, checkt den Kollegen mal aus, checkt den Kollegen mal aus, was meinst du, welchem Zug, äh, statt Darm schlägt G4, Darm schlägt G4, und haben wir den Darm schlägt G4 gehabt? Achso, Zugnummer siehst du ja nicht, ne? Lull, ja, ja, danke Ferdi für den Raid, wir gucken ja gerade die ODB-Partie an, aber, okay, wir gucken später nochmal rein, aber hier nochmal vielleicht zur Zusammenfassung für die Geradeten, das ist die Partie, wir gehen mal kurz zum Schnelldurchlauf durch, ich kommentiere, ja, kannte man nicht die Eröffnung, ist Quatsch, hier gibt es eine geile Taktik, der, 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 äh, sorry, der, wenn er nimmt, ist die Dame weg, wenn er nicht nimmt und hier angreift, muss man den spielen, wenn er nimmt, muss man den spielen, und dann fällt alles zusammen, kann man natürlich ODB-Easy rechnen, Kappa, und, äh, haben wir aber nicht gespielt, ne? Schöne Taktik haben wir nicht gespielt, wir haben rochiert, ähm, es interessiert den Fettarm, steht doch sowieso nicht, was ich gespielt habe, und, ähm, haben wir hier ein unkorrektes Opfer gemacht, wir haben Döni-Style gemacht, Ferdi-Style, ich hab mich schmutzig gefühlt, ich hab mich dabei gefühlt wie Ferdi, weil ich wusste, es kann eigentlich nicht gehen, es ist zu wenig Figuren sind hier im Spiel, die Figuren sind eigentlich auf der falschen Seite, es kann eigentlich nicht funktionieren, aber wir haben trotzdem mal reingeopfert, der Gegner hat natürlich komplett die Hosen voll gehabt schon, hat nicht mal genommen, der Hund, und jetzt sind wir natürlich im Vorteil, geil, wir gehen zurück, äh, wir stellen erstmal einen Bauern ein, aber er sieht's halt einfach nicht, ne, stattdessen macht er sich einen Doppelisolani, ist eigentlich schon, die Stellung ist auf plus 5, äh, ist schon verloren, er macht Quatsch, wir greifen den Bauern an, er deckt den Bauern, wir, äh, stellen den Turm auf die Linie, er stellt den Turm auf die Linie, wir greifen den nächsten Bauern an, er deckt den Bauern, wir hoffen, dass er rausschlägt, und wir eine Fesselung haben, leider hat er das nicht gemacht, wir machen den unglaublichen Zug Springer F5, kann nicht geschlagen werden, penetriert hier alles, äh, müssen hier hingehen, wegen, äh, Fesselung halten, er geht zur Seite, wir gehen hier raus, tauschen die Turm hier ab, es ist alles unglaublich, ne, und jetzt steht er halt einfach schlecht, das ist ein klopter Quatsch, such auch hier, wir haben einfach F3, greifen den Bauern an, er muss decken, gehen rüber auf den Flügel, ballern rein, und knallern die Dame hier weg, schönes taktisches Manöver, und da ist die Dame weg, Klepp, 50 Sekunden, Partie, ehrlich, statt Dame schlicht G4, meinst du, ne, hier meinst du, statt Dame schlicht G4, jetzt muss ich nochmal gucken, was Alex Gott gesagt hatte, statt Dame schlicht G4, H schlicht G4, mit König F2, also, die Engine sagt so, H schlicht G4, es geht auch, ja, es geht alles, ne, bester Zug ist hier von der Engine, ja, das wechselt sich ab zwischen F schlicht G4, H schlicht G4, und da am schlicht G4, ich glaube, hier gewinnt einfach alles, wie man so schön sagt, aber das geht natürlich auch, ne, und du willst den hier rüberbringen, ne, wenn er jetzt Spökes macht, du willst den hier rüberbringen, ne, ja, kann man machen, man konnte alles machen, wahrscheinlich, okay, ja, das war die Partie, ne, so, jetzt noch kurz Storytime, als ich dann draußen war, hat er so ein Bier getrunken, der Bernd hat mit seinem Kollegen ein bisschen geblützt, dem hat er es überhaupt nichts ausgemacht, dass er verloren hat, ne, der ist da komplett, der hat das Anti-Tuxmann-Mindset, ne, ich glaube, verlieren hat ihm mehr Spaß gemacht, als gewinnen, ähm, und, und naja, er hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und dann meinte er, hey, kennst du die, bla bla bla, ich so, wer ist das, das ist eine Alte, ich so, wie eine Alte, es gibt doch, nein, nein, die ist so 90, ich so, wie, die ist 90, spielt in der Kreisliga, Kreisliga hat 1400 DBZ oder so und die fährt, die fährt immer mit dem Mercedes vor, holt einen Rollator aus ihrem, äh, Kofferraum und dann geht sie mit Rollator ans Brett, ne, und dann flext sie da die Leute weg, was ist los, ah, ist das geil, mit 90 noch im Rollator ans Brett und die, die Jugend weg, wegballern, ne, und, ähm, ja, ich hab Paff das heute erzählt, im Call, und dann meinte er, ey, Tux, so will ich auch enden, ne, wir gehen rein, Tux, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir in Rente sind, wir, wir gehen mit dem Rollator auf jedes Turnier, ich so, wir gehen, wir hauen rein, warum nicht, ja, war geil, ne, also, äh, leider hab ich's verpasst, da war ich in Berlin, sonst hätte ich die gesehen, weil wir gegen diese Mannschaft gespielt haben mit der Alten, aber, äh, Paff möchte als Frau hin, ja, vielleicht, wollen wir nicht, äh, wollen wir nicht ihm nehmen, ja, diese, diese Art von Erfahrung, ja, das war's, ne, und ansonsten, der Mannschaftskampf war eh wild verlaufen, auch geil ist immer diese, dieses, also, sorry, wenn es so ist, aber dieses Boomer-Mansplaining, ne, zum Beispiel, eine von unseren Team, ähm, eine von unserem Team hat, äh, Schandhalt gewonnen, hatte zwei Figuren mehr, ne, Dame und zwei Figuren, und der Gegner hatte nur die Dame, ich, ich seh das halt so beim Kiebelzen, weil ich aufs Klo gegangen bin und kam zurück und seh das so und denk mir, oh ja, cool, das Brett hat gewonnen, äh, spiel mein Zeug weiter, und dann bin ich fertig, hab gewonnen, geh raus, und beim Rausgehen seh ich so, die gegnerische Dame auf der Grundlinie von, und dann dachte ich mir, das kann ja nicht gut sein, dann hat er, hat sie einfach die Dame einzügig eingestellt, was halt passieren kann, ist natürlich, ist natürlich, ähm, naja, schmerzhaft, aber, ähm, war halt komplett fassungslos, drei Stunden gespielt, komplett gewonnen gestanden, Dame eingestellt, hm, verloren, okay, ist natürlich scheiße, und OTB schmerzt alles noch hundertmal mehr, aber dann kommen halt die ganzen, dann kamen halt die ganzen Vereinsleute an, von dem gegnerischen Verein, naja, der Junge spielt, die hat gespielt gegen irgendeinen Zwölfjährigen, der Junge spielt aber auch gut, Bruder, der Junge hat 1000 DWZ, ist 12, er labert was von Talent, wo ich denke, was für ein Talentmann, wenn er Talent hat mit 12.000 DWZ, mit einem Jahr Schach, dann bin ich aber, äh, der nächste Magnus Carlsen, das ist kein Talent, der ist einfach nur ein normaler fucking Junge, und dann außerdem stand er halt komplett auf Verlust, er hatte einfach zwei Figuren, äh, weniger, aber erst mal schön, äh, was erzählen, ne, und dann kommen die ganzen Ratschläge, ne, ja, naja, man muss ja eine Partie immer zweimal gewinnen, einmal auf Stellung, und einmal muss man es zu Ende spielen, naja, mir ist das auch schon passiert, damals, 1980, da hatte ich ein Turmendspiel, und da hab ich einfach so einzügig den Turm weggestellt, haha, naja, und, das passiert halt mal, die Schachblindheit, naja, da hilft nur ein Bierchen, lalala, Dieter und Jürgen feiern sich da, und die ist halt komplett zerstört, ne, sie kann halt mit dem ganzen Scheiß nichts anfangen, und ich auch nicht, ich wär auch so, ich wär auch so aggro gewesen, wenn die Alten mich zugelabert hätten mit dieser Scheiße, ne, du hast halt grad einfach einzügig deine Partie weggestellt, obwohl du vorher auch outspielt hast, und die labern irgendwas von irgendeiner Scheiße, naja, was willst du machen, ne, aber, so ist es halt, ach ja, gut, das war aber geil, ne, also, da musste ich so ein bisschen schmunzeln, ähm, mehr ist doch, wie alt war sie, ist irrelevant, ich lieg jetzt hier keine Daten, aber sie, wir haben nur Erwachsene, wir sind, wir haben einen Jungen im Team, wir sind Erwachsene alle, so zwischen 30 und 50, in unserem Team, ja, doch, in unserem, in unserer Mannschaft sind's, naja, nee, nee, der, nein, das stimmt nicht, der erste Brett ist jetzt 19, zweite Brett ist, glaube ich, ja, na doch, könnte 30 sein, oder Ende 20, und dann, der Rest ist zwischen 30 und 50, auf jeden Fall, ja, Leute, so sieht's aus, ne, so sieht's aus, das heißt, ja, wenn jetzt irgendwelche DWZ-Berechnungsexperten im Chat sind, sollte diese Behauptung, die Blueflash mal im Chat geäußert hat, sollte die stimmen, dass die ersten 5 DWZ-Auswertungen, ähm, mit höherem Faktor gerechnet werden, als normal, dann bin ich schon 1200 DWZ, sollte das nicht stimmen, müsste ich noch ein Remi holen nächstes Mal, ähm, aber wenn's so stimmt, na, was geb ich dann in den DWZ-Rechner ein, Ingo, einfach, dass ich 2010 geboren bin, oder was, damit ich den höheren Faktor kriege, das ist so Big Strong's Pock, also wenn ich in den DWZ-Rechner eingebe, dass ich 2010 geboren bin, was ja dann den höheren, den Kinderfaktor triggert, ähm, hab ich 1210 oder so schon. Ja, so sieht's aus, ne, also haben wir schon, äh, haben wir, war die Saison, war doch sehr erfolgreich. Mögliche Eingabeformate, 1678, oder von 1678, bis 4 oder 0, Standardwert 0. Mögliche Eingabeformate, 1678, oder 1678, bis 4 oder 0, Standardwert 0. Die Eingabe von 0, mögliche Berechnung der 1. Die Index hat die Berechnung der 9, oder wenn der unter 4 liegt, diese Eingabeformate, ja, was soll dieser Index sein? Anzahl der Turnierauswertung, ach so, ah, ne, dann gehen wir mal rein, oder? Dann gehen wir mal rein, jetzt verstehe ich das, ja, jetzt verstehe ich das, Ingo, sehr gut. Also, wir haben 1136, wir sind 87 geboren, wir haben jetzt, sagen wir mal, wir verlieren die letzte, dann haben wir zweieinhalb, ne, 1, zweieinhalb, zweieinhalb Punkte, so, gegnerische DWZ, 1322, 1708, 1267, 76 meine ich, und der hatte 1272, und ich glaube, Brett 1 bis 5 auf der nächsten Mannschaft hat immer 1500 mindestens, die haben 1500 bis 1600 DWZ, die haben richtig starke Leute, 2, 3, 4, 5, und jetzt mache ich DWZ minus, das ist ja dann meine zweite Auswertung, ne? Naja, naja, rein in den Aal, na sicherlich. Wir sind schon, wir haben die 1100 verlassen, Leute, 1408 der Leistung, naja, da gehen wir doch rein, vielleicht kriegen wir noch einen halben Punkt, und dann träumen wir hier ein bisschen, träumen wir ihn, oder machen wir dann? Nächsten kam 1500 klatschen, naja, klar, machen wir doch, jawohl, äh, okay, also, ich, Remi ist nicht unmöglich, ne? Remi ist nicht unmöglich, aber, äh, 1216 sind uns sicher, ne? Gut, schön, Gewinnerwartung war 1 übrigens, wir haben zweieinhalb jetzt schon, herrlich, schacht, ich hatte nie eine OTB-Depression, ne? OTB bin ich ja derartig underrated, das ist, äh, nur so kracht, man kann ja nichts verlieren, äh, ja, Martin hat, Martin, willst du nochmal die Partie sehen, du kommst jetzt erst rein, meine OTB-Partie, willst du bestimmt nochmal sehen, ne? Weil kannst du deine großmeisterliche Meinung zu meinem Opfer mal? Ah, willst du lieber nicht sehen? Also, ähm, also wir haben mindestens 1216 auf jeden Fall, plus 80 haben wir auf jeden Fall mindestens, ne? Kann uns keiner mehr nehmen, und, äh, das ist doch schon mal was, plus 80 ist doch auch mal was. Ja, wir gucken hier rein kurz, Martin, ist natürlich nicht lupenrein, ne? Ich kenne Filidor nicht mit Springer, die sehen, deshalb ist er ab jetzt Freestyle, Freestyle, zack, zack, äh, ja, du siehst sicherlich, hier gibt es eine Taktik, ähm, hab ich nicht gesehen, dass man hier diesen und diesen machen kann, und dass das irgendwie alles zusammenhält hier, weil auf den kommt der, gut, kann man rechnen, ich bin rechenschwach, deshalb mach ich die Stappenheft, hab ich nicht gesehen, also Rochade, wir gehen rein, ähm, ja, gut, hier war die Idee einfach, ja gut, du kannst dir das Video dir angucken, wenn du die ganzen Ideen holst, ich kann ja nicht alles nochmal runterspulen, gut, das ist ein bisschen schlecht wegen dem, das kann man, kann man auch sehen, das stimmt, äh, spielt's aber nicht, jetzt hab ich A3 gespielt, aber eher um was anderes zu machen, aber ist egal, und, jetzt kommt der beste Zug, jetzt kommt der beste Zug, Martin, das klappt aber nur gegen 1200er, ne, und gegen 1300er, das klappt auf, auf Meisterniveau klappt das nicht mehr, wir gehen rein, ne, wir gehen rein, und der Gegner spielt Springer A7, und da wusste ich, es war gut, es war gut, jetzt ist es gut, jetzt ist es korrekt, jetzt können wir es machen, wir gehen zurück, ähm, vor lauter Freude, erstmal ein Bauer eingestellt, aber hat er nicht gesehen, er spielt stattdessen Läufer E6, was komplett wild ist, weil er jetzt den Doppelbauern kriegt, und wir kommen aus der Affäre raus, hier, das lustige ist, ich sehe halt sofort hier, scheiße, der Bauer hängt, und ich denke auch hier, scheiße, der Bauer hängt, was macht man jetzt, äh, naja, wir müssen ja schlagen, aber er, er interessiert das halt alles überhaupt nicht, und jetzt stehen wir natürlich bombastisch, ne, Doppelbauern, die können wir angreifen, hier des Todes, und das haben wir auch gemacht, ich weiß nicht, was B6 ist, ich verstehe es nicht, ich greife den Bauern an, er deckt den Bauern, ich bringe den Turm ins Spiel, er bringt den Turm ins Spiel, ich greife den Bauern an, mit der Idee, dass er den so decken muss, wenn ich hier hingehe, er schlägt, habe ich hier eine Fesselung auf den Turm, und dann hängt der Läufer danach, das war die Idee, ähm, es hat auch soweit geklappt, dummerweise hat er hier einfach nicht, geschlagen, sondern hat hier gedeckt, aber die Springer stehen halt auch, alles andere als aktiv und saftig, ne, gut, ich, äh, mach Springer F5, weil ich dachte mir, einfach nur für den Flex, wir haben hier, wir wollen natürlich den Läufer haben, äh, zum einen, zum anderen, ähm, einfach für den Flex ihm zeigen, Junge, dein Bauer ist gefesselt, du kannst doch nicht schlagen, mein Lieber, du kannst es doch nicht, raus mit die Viecher, so, ähm, gut, ich wusste, das ist Kreisliga, ja, äh, ich schlag raus, ich wusste, wenn der kommt, muss ich den machen, ähm, ja gut, das hier, aber man hat halt immer, man steht halt immer noch gut, er macht jetzt König H8, ich geh hier hin, meine Idee war jetzt, die Tür, die D-Linie zu dominieren, indem ich hier rausknalle, und hier nehm ich natürlich, weil der König hier mir schon ziemlich schwach aussieht, und jetzt war die Idee im Prinzip mit, mehr oder weniger, okay, erst mal hier angreifen mit Tempo, das ist Quatsch, ne, und dann war die Idee, mehr oder weniger, weil der Bauer hängt jetzt hier, ne, dass ich mit Tempo hier so rüberkomme, das war die Idee, ähm, er deckt das, was halt auch schon sehr künstlich aussieht, aber ich wollte das ja gar nicht, ich wusste ja, dass er so decken muss, er hat ja keinen anderen Zug, um den zu decken, zumindest dachte ich nicht, was hat er denn hier, er kann natürlich aggressiv machen, aber er spielt so passiv, war mir klar, Kappa, und Dame E3 war deshalb mehr oder weniger umsonst, er spielt den, und jetzt, okay, Schragen ist nicht so geil, weil die Felder kontrolliert werden, deshalb dachte ich, rein in den Aal, und hier habe ich schon gesehen, dass wir, glaube ich, die Dame gewinnen können, oder zumindest, ihn ziemlich nerven können, und er tut mir den Gefallen, äh, dass er jetzt hier, äh, tatsächlich nach hinten geht, und das gewinnt halt die Dame, ne, das habe ich gesehen, zwischen Schach und raus mit dem Vieh, naja, gut, wir haben ein paar einzigige Einsteller, ein paar Taktik nicht gesehen, aber ich war zufrieden, ich bin mit null, Enthusias, Enthusiasmus reingegangen in die Partie, ich hatte eigentlich gar keinen Bock auf Spielen, den Tag, und dann, äh, haben wir noch weggeknallt, ja, ihn hat es nicht sonderlich interessiert, ne, ODB-Analysen finden weiterhin statt, aber Ingo, leider, die letzte ODB-Partie ist in zwei Wochen, und Vereinsmeisterschaft werde ich mich wahrscheinlich nicht anmelden, ähm, weil ich halt wenig für Schach machen kann zur Zeit, und ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, dann die DBZ gleich wieder zum Fenster rauszuwerfen, aber wir werden es mal sehen, ne, also auf jeden Fall gibt es in zwei Wochen noch eine Partie, die letzte der Saison, gegen 1500 DBZ irgendwas, mal schauen, vielleicht kriegen wir den geknackt, vielleicht nicht, ja, Leute, das war es auch schon, hätte jetzt, wäre jetzt Martin nicht reingekommen, hätte ich das auch nicht nochmal alles wiederholen müssen, das ist das falsche Mindset, okay,